Wie schon in meinem letzten Video gezeigt, Link dazu hier oben im Abspann oder auf meinem Kanal. Also wie schon in meinem letzten Video gezeigt, hat PGY-Tech nützliches und interessantes Zubehör für die DJI Mavic Air. Natürlich lieben wir unsere kleine Drohne aus vielen Gründen. Einer der meisten ist ihre Mobilität, so klein, dass man sie überall mit hinnehmen kann. Und dazu hat DJI richtig mitgedacht und auch den Controller überarbeitet. Das ist genial, wie man diese Sticks abnehmen kann. Aber die letzten Tage waren richtig kalt in Deutschland. Und nicht umsonst liegen der Fly More Combo gleicher Satz Sticks dabei. Wer nicht aufpasst oder glitschige, kalte Hände hat, der verliert schnell an der Sticks. Und wenn man genug Platz im Rucksack hat, warum überhaupt abschrauben? PGY-Tech hat die schon von der Mavic Pro und Spark bekannte Abdeckung für die Sticks nun auch für die Air auf den Markt gebracht. Sitzt Bombe und lässt sich über zwei kleine Mulden an der Seite wieder abnehmen. Schnell aufsetzen, kein Abgefummel. Zumindest wenn es nicht zwingend sein muss und trotzdem alles sicher und toll sein soll. Ein weiteres nützliches Teil ist das Umhängeband für den Controller. Wie bei allen PGY-Tech Produkten liegt eine kleine Kurzanleitung dabei. Es ist aber sehr einfach. Der Metallbügel wird hinten aufgesetzt. Nicht in die Löcher ein- oder unterhaken, nur draufsetzen. Dann auf der anderen Seite drüber stülpen und fertig. Eventuell noch etwas feinausricht, dass der USB-Port voll zugänglich ist und der Halter dadurch auch mittig sitzt. Wenn man jetzt noch das Handy einsetzt, dann neigt sich der ganze Controller super in Richtung des Piloten. Dieses kann man dann über einen Verschluss mit dem Nackenband verbinden. Er rastet sehr gut ineinander. Und wird über diesen Knopf wieder freigegeben, falls man die Remote mal ablegen will. Das Nackenband selbst ist noch in der Weite regulierbar. Alles in allem ein weiteres geniales Zubehör. Jeweils für um die 12 Euro. Alle Links in der Videobeschreibung. Und ein Like und ein Abo nicht vergessen, wenn dir dieses Video gefallen hat und du weitere Videos wie dieses sehen möchtest. Das Nackenband ist noch in der Videobeschreibung. Das Nackenband ist noch in der Videobeschreibung.